Der Exklusion Bill war eine Gesetzesvorlage, die England von 1678 bis 1681 in eine tiefe politische Krise stürzte. Die Absicht der Vorlage war es, den Bruder von König Karl II. von der Thronfolge auszuschließen, weil er römisch-katholisch war. Die Court Party war gegen einen Ausschluss, während die Country Party den Ausschluss unterstützte. 1670 hatte Jakob öffentlich erklärt, dass er römisch-katholisch sei. Jakobs Sekretär Edward Kuhlmann wurde 1678 vom korrupten protestantischen Klerikatitus Oates als Drahtzieher einer Papistenverschwörung bezeichnet, die angeblich die Unterwanderung des Staates und den Sturz von Karl II. zum Ziel hatte. Mitglieder der protestantischen Oberschicht bemerkten dazu, dass in Frankreich ein Katholik auf eine absolutistische Weise herrschte. Es bildete sich eine Bewegung, die dieses Szenario in England verhindern sollte. Viele befürchteten, dass Jakob nach seiner Thronbesteigung die gesamte Macht im Staate an sich reißen würde. Das Ereignis, das die Krise endgültig auslöstet, war die unbewiesene Anschuldigung, dass Schatzkanzler Thomas Osborne, Lord Dunby, vom französischen König Ludwig Geldsummen angenommen habe, mit der die Neutralität von Karls Regierung erkauft werden sollte. König Karl löste das Parlament zwar auf, doch das neu gewählte Parlament, das sich im März 1679 versammelte, war ihm und seinem Minister gegenüber noch feindseliger eingestellt. Osborne wurde verhaftet und in den Tower of London überführt. Am 15. Mai 1679 präsentierte Anthony A. Schley Cooper 1. Earl of Sheftsbury vor dem Unterhaus eine Gesetzesvorlage, Die Jakob von der Thronfolge ausschließen sollte, eine Minderheit unterstützte sogar Karls illegitimen Erben James Kidd. Aus den Anhängern des Königshauses, damals Abhoras genannt, bildeten sich später die Tories. Die Petitioners, die das Gesetz befürworteten, wurden später zu den Whigs. Als immer wahrscheinlicher wurde, dass das Gesetz angenommen werden könnte, wendete Karl sein Hoheitsrecht an und löste das Parlament auf. Nachfolgende Parlamente versuchten ebenfalls das Gesetz durchzubringen, wurden aber ebenfalls aufgelöst. Sheftsburys Partei, die Whigs, löste im gesamten Land eine Massenbewegung aus. Indem sie hauptsächlich die Angst vor einer papistischen Verschwörung schürte, jeden November, am Jahrestag der Thronbesteigung von Elisabeth I., organisierte sie in London große Demonstrationen, bei der jeweils eine Figur des Papstes verbrannt wurde. Doch auch die Tories, die auf der Seite des Königs standen, verbreiteten ihre Propaganda. Sie erinnerten das Volk an die Schreckensherrschaft und die Not während des Commonwealths. Darüber hinaus bezeichnete das Königshaus die Whigs als subversive und verkappte Non-Konformisten. Die Massenbewegung verlor 1681 ihren Einfluss und die Gesetzesvorlage wurde schließlich feingelassen. Und so weiter. Untertitelung des ZDF, 2020